Hier wird gnadenlos abkassiert, deswegen maximal 50. Da wären wir mal links abbiegen, wie dabei Ingo und Britt. Willkommen am Preiseziel auf der rechten Seite. Na endlich, du hast KBI erreicht. Achtung, sie nähern sich einem festen Dreißiger. Achtung, sie nähern sich einer Ampel mit Blitzgerät. Achtung, sie nähern sich einer Ampel mit Blitzgerät. Achtung, sie nähern sich einem festen Dreißiger.